Interessant. Wirklich interessant. Na gut. Er hat unsere mentale Stärke auch komplett wieder aufgehielt gerade. Das ist sehr schön. Dann platziere ich jetzt hier mal den Spaß. Dann koche ich mir noch mal ganz schnell. Vier Stück. Esst er schnell. So. Dann machen wir uns hier wieder unseren wunderschönen Löck. Ich setze mich mal ganz anders hin. Ich muss ja nur klicken. So. Acht sollten das mal reichen. Dann machen wir uns dazu noch vier Stück davon. Und daraus kommt dann ein Ball. Oh cool. Wenn ich hier reinrede, dann höre ich mich so mit Haaren an. Ja wenn 32 mal nicht reicht, dann weiß ich auch nicht mehr. So. So. Dann wollen wir anfangen. Na. Build War. Und dann geht's los. Klack. 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 Oh. Das wollte ich nicht. Dann halt so. Lalalalalala. Lalalala. Und gleich haben wir es geschafft. So. Dann wollen wir mal anfangen hier das hoch zu pumpen. Und dann wird uns das hoch zu pumpen. Ja wenn wir es noch für dich. Ja wenn wir es. Ja wenn wir es. Dann geht's. Ja wenn wir es jetzt. Dann geht's. Dann geht's. das sieht doch richtig gut aus ich brauchte gerade kurz man sieht den ball leider nicht das wäre jetzt cool wenn man den ball noch sehen würde so wir halten es weiter an unserem zielfest den puff zusammen zu bekommen dazu brauche ich jetzt mal den spaß hier noch schnell mein feld erbärmten so und dann geht es nämlich los und du kriegst was ach das essen die gar nicht okay ich dachte das essen die auch kein problem noch mehr wir haben noch viel mehr wir können denen auch geben und gar nicht mehr so viel mehr wie ich dachte aber wir sollten das müssen wir ein glaube ich das wird uns knapp wir holen uns mal schnell die blümchen die hier irgendwo waren hier waren noch blumen die waren hier oben ich glaube ich schaffe das nicht mehr na du wo sind die blumen habe ich die folge mitgenommen schaffe wir das noch komm schon wenigstens drei vier wof komm her gif gif juhu drei stück ammer ich finde es geil dass sich die samen so lange halten gut die sind trocken und da passiert nicht viel aber trotzdem finde ich geil geil da haben wir mal sechs prüfen mal gucken was mit sechs anzustellen ist ob man dann vielleicht jetzt ach so kriegt man ja schon siehst du super ein gutes so dann wird wieder mein samen rein nee hier nicht nicht sammeln sammeln hey sammeln sagte ich so ich stelle mal die draps auch einfach runter wir können die für ihr auch so wie sie sind ist mir gerade aufgefallen einfach behalten so wir müssten die ja nicht verarbeiten schon so die wäsche schnell mitnehmen und jetzt schnell zurück hier und das warme gewöhnliche feuer anschmeißen und wir können machen uns immer noch eins dann ist das auch erledigt so wir können uns machen immer noch was neues ok so den spaß kann ja auch brennen hier so rabid und ein parodosaurus tue ich mal hier rein ey katsch rabid äh das da war das alles habe ich nur sieben cleaning dinge boah wenig na gut hier können uns machen brrrrrr boah aus dem boah können wir uns entzimmern zweimal den hier so und die kommen dann hier rein so vogel alle wieder hinstellen vogel dann erst einmal die bären einsammeln dann kochen wir die alle oh alle wird schwer da weißt du die ganze ecke das ist halt so soo paar sind komplett aufgeheilt haben wir damals auch nicht mehr so viel gehabt ich will mal ganz kurz noch wir haben noch sieben mal verredifiziert zurück vielleicht nehmen wir auch noch mal sieben mal mit weil davon haben wir am wenigsten momentan das ist sehr gut das ist sehr gut eigentlich eigentlich ah siehste da haben wir doch noch hässchen gefangen super büßchen so wir werden die menu aufsammeln denn wir brauchen immer noch bc bc warte mal warte mal warte mal warte mal wir können bc 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 äl concerned b bei dem rest mangelt ich das heißt wir haben zumal einissible zusammen 2 b hätte ich gerne okay das ist hier n Dagmar fleisch rum ich glaube es nicht jetzt wie gesagt zwei beete hätte ich gern weiß aber nicht ob es funktioniert ob wir bei acht reicht doch nicht ganz ja lange nicht mehr können wir mal ein bisschen stein mitnehmen wenn ich die spitze gehörte so wenn man dann einmal da sind immer alles mit klack 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 und klack noch einmal menu nehme ich natürlich auch mit denen nämlich noch und dann hau mal wieder ab weil es wird gleich wieder nacht und ich riskiere nichts so und zurück mit uns im eil tempo im 11 einmal fehlt noch und die wird 100 prozentig auf noch die eine da kommen wir uns zwei neue beete basteln das ist auf jeden fall erfolgreicher tag gewesen muss man sagen mitnehmen und weg die hier schon mal gut machen und kaputt genauso wie naja muss noch einmal hier den da klack und kaputt dann fangen wir mal ganz schnell hier den spaß an und verifiziere das auch alles wo ist es hin da klack so genau ich jetzt die beiden jetzt einfach mal darauf du hast nicht geplant das kann sich jeder denken dass es so nicht geplant war jetzt so 129 bis es aber auch abgehandelt und dann gehen wir wieder rein und da liegt sogar zurück es ist nur noch hier das feiern machen auf kosten des waldes gesegnet sei es gewalt dass du uns bescherest dieses feuer amen unser leben ist bald wieder voll wir machen uns auf jeden fall nochmal hier ein paar farmen noch eine geht nicht momentan und wir können aber hier mal ganz kurz den machen und da ist wieder tag sondern auch vier mal vier mal hier ein bisschen von dem gestrückt und dann haben wir den hier unten los hat sich schon wieder nach camp angehört der war gestoppt nehmen wir mit und da können wir ein neues bild und dann habe ich hier noch was anderes und zwar haben wir hier noch einen anderen hasen und dann können wir mit den beiden hasen uns noch die da machen haben wir schon zwei verschiedene hüte ja wir sagen wir hören erstmal auf hier an der stelle beim nächsten mal sehen wir uns wieder ich gehe mal mit dem SC beim nächsten mal sehen wir uns wieder wir haben ja echt richtig krass was gehabt also so stark haben wir uns noch nie aufgebaut das ist tag 17 der winter kommt jetzt bald wir haben nahrung unendlich werde die nächsten drei tage jetzt anfangen die nahrung zu sammeln die vögel vor allen dingen noch mal zu zu fahren ich hoffe ich vergesse sich bis zum nächsten mal und ähm ja dann haben wir dann kommen muss halt mal eigentlich gut durch den winter kommen ne headstone müssen wir uns noch mal ich guck mal dazu was der headstone kostet headstone 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 äh survival der headstone den haben wir achso ich bin nur mal falsch tadaa was können wir hier noch machen ach hier können wir noch den ganzen spaß hin machen super na man headstone ist schon fertig ok gut dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder meine lieben Freunde tschüss